Halloaa! Mich ruft jemand an! Ey bestimmt wieder, guck jetzt. Wieder wegen Auto. Okay, ich mach' Lautsprechung. Machen bitte Lautsprechung an. Hallo? Hallo? Jaa, wer ist denn da? Bist du geil? Hallo, du bist ein Früher? Jaa... Ich bin ein Abonnent. Jaa, auf Instagram, auf Ernys Profil, hat jemand deine Nummer rausgegeben. Ahjaaa! Was geht ab, Freunde, euer Steffi und herzlich willkommen zu einem Special Packslips. Ja, Freunde, wir haben heute zwei Special Guests dabei. Es war wirklich nicht leicht, sie zu überzeugen. Wir mussten alles, was uns zur Verfügung stand, mussten wir wirklich dran setzen, um die ins Boot zu holen. War auch keine ganz billige Angelegenheit. Und deswegen begrüße ich unseren ersten Special Guest, Too Geil. Und natürlich am Start auch noch Champions. Was geht, Freunde? Eier. Auf jeden Fall mal die zwei abchecken, Link natürlich direkt in der Beschreibung als erstes. Bei denen kommt heute ein geiles UFC, Let's Play mit Annie. Habt ihr das aufgenommen? Mit Annie und den Jungs. Also auf jeden Fall abchecken. Wir machen heute aber einen Packslips. Wir werden fünf von diesen 25k-Sets ziehen. Daraus dann unser Team machen, einen bei Facebook auslosen, falls ihr da noch nicht folgt. Auf jeden Fall abchecken. Und dann werden wir ein Spiel bestreiten zu gewinnen. Gibt es heute natürlich wie immer den Aurelouhudi. Und wo ist die Brille? Und natürlich noch eine Check-Ere. Mein T-Shirt. Und natürlich noch die schicke auf Brille-Brille. Dann fangen wir auch direkt an mit dem ersten Pack. 500 FIFA Points. Wir werden davon fünf Stück insgesamt öffnen. Ey, wir haben jetzt was Geiles hier. Komm, ein geiler Spieler muss drin sein. Eremenko. Eremenko. Okay, dann haben wir noch Perin Sosa. Wir haben jetzt was geiles Konzlugall. Oh, wir haben einen Gründspieler drin. Wheel in. Wheel in. Sagt der Ramos bei Barca? Aber jetzt kommt was Geiles, Alter. Komm schon, drittes Pack. Und Thiago, Thiago! Ah, Luisao! Direkt der nächste langsame Peser. Ucino, Corona und Traore. Und Traore. Und Traore gibt's jetzt auch. Das war's dann. Nicht so cool, aber ist in Ordnung. So, zwei Packs haben wir noch. Komm schon. Sokrates, nein, Papadopoulos. Und dann haben wir noch Nyom, Hütte. Und das war's auch. Man, man, man. Wir kriegen heute nur Scheiße. So, jetzt kommen wir auf dem letzten Pack. Da muss was Gutes rauskommen. Ja, Alexander! Jonas! 83er, Depay. Depay ist krass. Haben wir sonst noch was drin? Ansonsten, nee. Aber wir haben, glaube ich, kein Tor, aber das wird das Problem sein. Wir bilden jetzt das Team und sehen uns dann gleich wieder. Okay, Freunde, wir haben unsere Mannschaft jetzt zusammen gebastelt. Und genau das ist unser Team. 53er Chemie, 78er Bewertung. Was sagt ihr? Wunderschön. Hammer ohne Torwart. Ohne Torwart. Wir haben so einen Ixoxson oder Moxoxson im Tor. Ja, Jansson, der ist, glaube ich, noch 1,94. Sollte klappen. Wir gehen jetzt rein, suchen uns einen Gegner bei Facebook aus, wenn wir den gefunden haben. Sehen wir uns gleich. Heute mal Rehabung für WC Frisch. Für alle, die Mundgeruch haben oder anders, die so gut riechen. Unser Kollege Ossam benutzt das. Eier. Unglaublich. 3, 4 Bälle, die man in der Toilette einsetzen kann. Manche sollten auch so den Mundgeruch benutzen. Ach du Schande. Ist das etwa witzig, frisch, kraftaktiv, blutig, frisch. Bestellen sie heute noch, liebe Freunde. Sie bekommen auch Brillebrille gratis dazu. Jo, Leute, wir haben den Erkan raus... Gesucht? Raus... Nein, rausgeladet. Rausgeladet. Okay, Freunde, wir haben jetzt den Erkan auf Facebook ausgesucht. KS FreeGrad, also ein kleiner Fanboy. Fanboy! Paar gute Spieler dabei. Griezmann, Martinez. Zumindest hat er einen Torwart. Das heißt schon mal was. Ich bin mal gespannt, wie unser Innenverteidiger da halten wird. Dann geht's auch direkt. Los! Wer auch immer das ist, zieh einfach durch. Zieh einfach durch. Ich bin grün, Freunde. Ich bin rot. Komm, zieh mal dahin. Nein, Alter, wie schnell die sind. Unglaublich. Boah, am Anfang. Aufpressing. Erpressing muss rein. Na, Jungs, pass bloß mit der Abwehr da auf. Ja, mach nicht den Abwehr. Am besten einer geht immer drauf. Ja, war genau so. Die Klasse rüber. Gar keine Ansagen sind nötig. Aufpassen, Jungs. Aufpassen. Ich hole den, ich hole den. Boah, der Keeper ist da. Der Jansson. Komm, komm, jetzt Jonas. Ich bin da, ich bin da. Ich laufe da. Ja, hier, zieh durch. Zieh durch nochmal rum. Spiel doch. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm, jetzt. Wer macht den? Mach ihn, mach ihn. Oh. Der rein hundertprozentige. Nicht 85. Ja, aber jetzt komm Stefan. Nochmal ein Spiel. KuiHC ist nach außen. Wer rennt denn da im Abseitsrum? Ja, komm, zieh durch, zieh. Du hast Platz Jonas. Einer ist dabei, nicht im Abseitsrum. Schön, mach ihn rein. Mach ihn rein. Geah. Ja. Oh. 1 zu 0. Was für Kombination. Papa, UiC. Oh. Oh. Komm, 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 komm. Oh, shit. Von Gretzstein, nein. Aufpassen, nicht direkt. Nein. Gegenzug. Nein. Nein, Alter. Oh, der hat uns komplett genommen. Jawohl. Ja, mal komm. Schön Schick ihn, aber jetzt. Komm. Sweaty Bob. Nein. Nein. Ja. Nein. Hey, was war das denn? Der war doch drin. Keiner zumachen uns auf jeden Fall. Ganz wichtig. Scheiße. Oh mein Gott. Wer macht denn so eine Scheiße hier? Alter, wer war das? Ich war der. Jetzt nimmt er uns aber. Ronaldo wieder. Komm, Keeper, zeig mir mal was. Keeper, zeig was. Keeper. Was ist das denn für ein Rillekopf mal? Ich halte ihn. Links. Links. Mal, jetzt schießt er noch. Jetzt will er uns komplett nehmen. Wenn du aber den hältst. Ah. Ah. Jetzt hat er auch noch Glück. Und dann kommt der Sweaty Bob. Porquado sweat no? Es con muchos. Grandes. 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 Supergrandes Sweat. Keeper, rette noch was. Digga. 6-1. Oh. Lame Spiel, Alter. Ey, sie meint. Keeper, retten. Ey, sie meint. Also, wir wurden auf die frische Art massakiert. Habt ihr irgendeine Ausrede für diese miserable Pleite? Also, da kann man ganz klar sagen, die war nicht fit. Ganz klar. Die Spieler auch nicht. Und die müssen sich erst mal einspielen, oder? Ja. Und ich meine mit 50 kann mir auch einer mal zeigen, ob er da was reißen kann. Also, Chemie 5. Wie sehe ich diese Wohnung hier bei Stefan? Das ist auch nicht wirklich souverän. Das ist eines noch auswert. You know what I mean, man. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und ihr Bock habt auf weitere Specials mit den zwei Jungs. Und schaut auf jeden Fall bei denen vorbei. Wir haben gut Werbung gemacht mit dem 7-1. Wir haben gut Werbung gemacht mit dem 7-1. Ja, aber ist eine Herausforderung. 50er Chemie, wenn man so einen Gegner hat. Der spielt gut FIFA. Der hat ein geiles Team. Ist schwierig zu dritt zu spielen, sowieso. Wir sind raus. Wir sind raus. Jungs, haut rein. Und tschau. Was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin hier. Und herzlich willkommen zu einem Back & Play gegen den Phineas.